Zeitmangel. Wir alle leiden drunter. Doch wie kommt es, dass wir immer Zeit für Facebook und Co. finden, während wir für die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben scheinbar keine Zeit haben? In diesem Podcast zeige ich dir die Tricks, die Facebook und Co. verwenden, um dir deine Zeit zu stehlen, wie du dich dagegen wehren kannst und wie du diese Tricks für dich nutzen kannst. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann hör dir meinen Podcast an auf www.dievogelschule.com-38. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.